Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu meinem Freitagsgruß. Ich hatte vorhin schon mal angefangen aufzunehmen und dann fing immer wieder an mein Handy und ein Anruf und dann wieder abgebrochen. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal. Also, ich wünsche euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende, meine Lieben. Genießt, wenn ihr frei habt, das ist die Freizeit. Macht was Schönes, unternehmt was mit euren Liebsten. Deswegen umgebt euch mit Menschen, die euch wichtig sind, mit Menschen, die euch guttun und schaut nach vorne, nicht zurück. Alles, was wir im Moment machen, sollte uns guttun. Alles, was uns vorantreibt, sollten wir machen. Alles, was dafür sorgt, dass man sich wohlfühlt, sollte man machen. Guckt nach vorne, macht euch ein schönes Wochenende, meine Lieben. Ich werde morgen an die Nordsee fahren. Spontan entschlossen, entschieden, dass wir das morgen machen werden. Vielleicht werde ich mal eine Viertelstunde oder so live kommen, wenn ich am Strand sitze. Das weiß ich jetzt noch nicht, muss ich gucken. Aber tut euch was Gutes, meine Lieben. Macht euch ein leckeres Essen. Setzt euch gemütlich vor einen Kamin, vor einen Fernseher mit einem Glas Wein oder so. Mit jemandem, mit dem ihr gut zurechtkommt, der euch wohl gut tut. Und nutzt das Wochenende, ein bisschen runterzukommen. Die nächsten Wochen und Monate werden anstrengend werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir sollten uns nicht beirren lassen in dem, was wir machen. Nicht nachgeben. Standhaft bleiben. Und in dem Sinne, schönen Start ins Wochenende, meine Lieben. Bis zum nächsten. Euer Mike.